Joomla einrichten die ersten Schritte. In diesem Video zeige ich dir, wie du Joomla einrichten kannst und was die ersten Schritte nach der Installation sind. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du Joomla noch nicht installiert hast, besuche bitte meinen YouTube-Kanal bzw. meine Website. Dort findest du eine Anleitung, wie du Joomla installierst. Falls du Joomla schon installiert hast, ist genau dieses Video das richtige für dich, denn darin zeige ich dir alle wichtigen Grundeinstellungen, die Beitragseinstellungen, die Suchstatistik und du bekommst ein paar Tipps und Tricks dazu. Hier das Ganze noch verlinkt und zwar bekommst du jetzt von mir beide Links hier zur Verfügung gestellt. Joomla Grundeinstellungen und Joomla installieren. Also, falls du Joomla noch installieren musst, besuche oliverpfeil.de slash Joomla-installieren und für alles, was ich dir jetzt in diesem Video zeige, einfach das Video ansehen oder die Joomla-Grundeinstellungen aufrufen. Dort gibt es noch weitere Tipps und Tricks dazu. So, ich bin hier in einer komplett frischen Joomla-Installation. Du siehst, dass hier sind diese ganzen Installationshinweise noch und wir gehen jetzt einfach gemeinsam diese Dinge durch. Joomla bittet um Erlaubnis, Basisstatistiken zu erheben. Ich sage hier immer, niemals. Dann gibt es Nachinstallationshinweise, die kannst du dir natürlich ansehen, für Privatsphäre, Benutzeraktivitäten und so weiter. Grundsätzlich kannst du jetzt aber hier diese einfach einmal ausblenden. Gut, jetzt machen wir das noch ein wenig kleiner. So, jetzt hast du die oberste Zeile auch mit enthalten. Gut, jetzt ist das eine ganz frische und saubere Geschichte. Ich zeige dir jetzt, wie du erste Seiten erstellst, erste Menüeinträge und wie du bestimmte Einstellungen setzt. Wir starten jetzt hier mit Inhalt und Beiträge. Okay, das hier ist komplett leer und wir erstellen jetzt hier einfach mal eine Startseite. Das ist die Startseite. Speichern und Neu. Produkte. Das ist die Produktseite. Impressum. Das ist das Impressum und so weiter und so fort. Du siehst hier, hast du einen Editor. Ich denke, dazu brauche ich dir nicht viel zu sagen. Das kennst du aus einem Textverarbeitungsprogramm. Und das funktioniert letztendlich ganz genauso. Du hast ja alle möglichen Funktionen, die du nutzen kannst. Gut, speichern und schließen. Ich mache das jetzt mal ein wenig größer. Ich denke, so siehst du es besser. Der zweite Schritt besteht darin, das Menü zu definieren. Und ich mache jetzt parallel, rufe ich mal die Website selbst auf. Das ist jetzt hier das Standarddesign. Das ist ein ganz schlichtes Design, ohne irgendetwas Besonderes. Und wir halten uns jetzt aber nicht am Design fest, sondern, dass wir die ersten Seiten erstellen. Du siehst hier, im Hauptmenü sind die neuen Seiten noch nicht ersichtlich. Und das ändern wir jetzt. Du klickst dazu auf Menüs verwalten. Dann hier auf mein Menü, auf das Hauptmenü. Und dann wählen wir als erstes den Home-Button aus. Du kannst jetzt sagen, du möchtest das Home- oder Startseite benennen, wie du willst. Und beim Menü-Eintragstyp wählen wir jetzt Beiträge, einzelner Beitrag. Und dann bei Beitrag auswählen, wählst du hier einfach die Startseite aus. Dann sagst du Speichern und Neu. Das gleiche machen wir für die Produkte. Menü-Eintragungstyp. Ich mache das jetzt ein wenig schneller, ich möchte dich nicht langweilen. Einzelner Beitrag und den Beitrag auswählen. Und das gleiche machen wir jetzt für das Impressum. Auch noch einmal. Einzelner Beitrag und Impressum speichern und schließen. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir hier Startseite, Produkte und Impressum. Wie das Ganze jetzt gestalterisch aussieht, dass das Menü hier da rechts ist und das jetzt vielleicht nicht so hübsch ist, das ist uns an dieser Stelle noch ganz egal. Was wir jetzt als nächstes machen ist, hier dieses Anmeldeformular, das brauchen wir nicht, das entfernen wir jetzt einmal. Und dazu klickst du auf Erweiterungen, Module, denn alles was hier so auf der Seite eingebunden ist, das sind Module. Und hier bei Anmeldeformular klickst du einfach auf den grünen Haken, dass es ein rotes X ist und schon ist das auch weg. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass diese Details geschrieben vom Super-User, Kategorie, Zugriffe auf zurück, das brauchen wir alles nicht. Das stört bloß und das soll eigentlich weg. Und dazu klicken wir auf Inhalte, auf Beiträge und dann gibt es hier rechts die Optionen. Und hier kannst du alles hier einstellen oder ausschalten. Du kannst jetzt den Titel verbergen, dass er nicht, wie in diesem Fall, doppelt dargestellt wird. Dann haben wir die Kategorie verbergen, Autor verbergen, Veröffentlichungsdatum und Navigation verbergen und die Drucksymbole, das ist eh etwas, was man nicht mehr benötigt. Du kannst das selbst für dich einstellen. Ich speichere das jetzt einfach einmal und aktualisiere. Gut, jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Und jetzt, wenn wir das hier noch weg haben möchten, da zeigt dir das System immer an, wo du dich gerade befindest. Das sind die sogenannten Brotkrümel oder Breadcrumbs. Ah, ich habe weitere Module und das ist das hier. Das heißt, wir können diese jetzt entweder ausblenden, dann ist das auch weg oder wir können theoretisch sagen, wir geben dem Ganzen eine andere Position. Das heißt, jetzt ist es hier ja unterhalb des Textes und wir können jetzt hier eine Position suchen, hier bei Positionen, damit es weiter oben ist. Welche Position das ist, das weiß ich natürlich auch nicht auswendig. Da müssen wir einfach suchen. Ich versuche es jetzt mal mit Position 1. Ah, und dann haben wir das hier schon oben. So passt das doch schon einmal. Gut, so viel dazu. Jetzt klicken wir auf System und auf Konfiguration. Dort findest du hier einige Einstellungen und wir sehen uns als erstes Konfiguration Site an. Dann findest du hier etwas weiter unten globale Metadaten und hier beschreibst du bitte in ein bis zwei Sätzen, worum es auf deiner Website geht. Die Schlüsselwörter kannst du freilassen. Diese sind nicht wichtig. Der Rest passt soweit. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, UL Rewrite Nutzen auf Ja zu stellen. Suchmaschinen, na, suchmaschinenfreundliche URLs ist auf Ja gestellt. UL Rewrite noch nicht. Hier gibt es etwas zu beachten. Dazu habe ich allerdings ein extra Video aufgenommen. Das würde jetzt vielleicht am Anfang auch zu weit führen. Wenn du das jetzt auf Ja setzt und diese Warnung nicht beachtest und das nicht entsprechend änderst, dann wird es zu einem Fehler kommen. Das heißt, besuch meine Website im Anschluss. Ich zeige dir nachher gleich nochmal den Link dazu. Oder seht ihr ein anderes Video auf meinem Kanal an. Dort erkläre ich das dann. Dann bei System kannst du sagen, die Sitzungsdauer hier unten würde ich auf 30 Minuten setzen. Sonst wirst du nach 15 Minuten immer ausgelockt, wenn du mal nichts machst, wenn du gerade eine Pause machst, wenn du gerade ein Bild bearbeitest und dann musst du dich nicht immer neu einloggen. Gut, bei Surfer, hier musst du nichts machen, Textfilter und Berechtigungen auch nichts. Du findest hier links jede Menge Einstellungen. Die meisten davon brauchst du nicht, wirst du niemals brauchen. Du kannst dich gerne hier einmal durchklicken, aber die wichtigsten haben wir jetzt gesetzt. Eines zum Schluss noch auf Komponenten und Suche. Klicke am besten hier auch einmal kurz darauf und dann auf Optionen. Und dann klickst du bei Suchstatistiken erfassen auf Ja. Jetzt hast du noch keine Suchfunktion eingebunden. Ich zeige dir jetzt noch gleich, wie das funktioniert. Wenn du allerdings die Suchfunktion eingebunden hast, dann werden die Suchstatistiken erfasst. Das heißt, dir wird dargestellt, hier dann in dieser Liste, nach welchen Begriffen auf deiner Website gesucht wurde. Und jetzt machen wir einfach folgendes. Hier unterhalb des Hauptmenüs binden wir eine Suchfunktion ein. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Du klickst auf Erweiterungen und auf Module. Jetzt haben wir das Hauptmenü Position 7. Merken wir uns das. Klicken auf Neu. Und dann gibt es hier, wenn wir nach unten gehen, die Suche. Ich vergebe den Titel Suche. Bei Position haben wir 8 ausgewählt. Und ich speichere das Ganze. Okay, jetzt habe ich mich bei der Position vertan. Ah, es war die Position 7. Sorry. Dann machen wir das natürlich so. Setzen das auf die Position 7. 7, genau. Und dann sollte das passen. Genau, jetzt haben wir hier die Suche. Und wenn ich jetzt einfach mal Test und Enter eingebe, dann wird das jetzt schon gewertet. Und jetzt klicken wir einfach noch einmal zurück auf die Komponenten und auf die Suche. Und dann sehen wir hier, nach Test wurde einmal gesucht. Und das ist eine mega wichtige Sache. Gut, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns die Grundeinstellungen angesehen, die Beitragseinstellungen, hier die Suchstatistik. Und damit hast du, ja, Joomla Grund konfiguriert. Und wir haben ja zusätzlich noch hier Beiträge und ein Menü angelegt. Das heißt, damit kannst du arbeiten und damit hast du schon eine funktionsfähige Website. Gut, wenn dir das gefällt, wie ich das Ganze erkläre, dann habe ich noch etwas für dich. Seit 2010 mittlerweile helfe ich Menschen, eine erfolgreiche Website zu erstellen und habe dazu viele E-Books, Videokurse, Online-Kurse. Und das Joomla E-Book ist meiner Meinung nach genau das Richtige für dich, wenn du gerade Joomla einrichten möchtest. Das ist eine Schritt-für-Schritt-Erklärung für Anfänger geeignet. Und darin zeige ich dir Schritt-für-Schritt, wie du deine Website mit Joomla erstellst. Du findest dieses E-Book auf oliverpfeil.de slash go slash Joomla minus E-Book. Ich würde mich freuen, wenn dir dieses E-Book hilft, wenn du dich für dieses E-Book entscheidest. Und würde dich jetzt darum bitten, gib diesem Video einen Daumen nach oben. Dann nehme ich weitere solche Videos auf, abonniere meinen Kanal, dann wirst du bei neuen Videos zu Joomla immer informiert. Und viel Spaß bei der Erstellung deiner Joomla Website. Und viel Spaß bei der Erstellung deiner Joomla Website.